Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Offizier-Video. Allerdings ist das nochmal, bevor ich dann wieder zur normalen A-Z-Reihenfolge übergehe, der dritte neue Offizier, der mit diesem Erzählbogen gekommen ist. Aber bevor ich über Sam Kirk, den Bruder von James D. Kirk, rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns mal den zweiten epischen Offizier an, der jetzt neu mit dazugekommen ist, den Strange New World Sam Kirk. Er gehört zur Klasse Wissenschaft und Forschung, das heißt, du brauchst dann Wissenschaftsabzeichen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Strange New Worlds. Das bedeutet, dass er, wenn er Captain ist, von anderen aus der Gruppe Synergien bekommen kann oder Synergie geben an einen Captain aus der Gruppe. Und er gehört zur Fraktion Föderation. Das bedeutet, du brauchst Föderationscredits, um ihn später abzugraden. Und wenn du Strange New Worlds zum Beispiel nicht kennst und damit Sam Kirk nicht kennst, hier ist natürlich wieder ein längerer Infotext zu Sam in der Infobox. Die kannst du dir gerne einmal anschauen und den Text lesen. Die komplette Story der Charaktere hier durchzugehen, wird halt immer zu weit führen. Deswegen weise ich immer nur auf den Text in der Infobox hin. Aber Kirks Bruder hat eine Kapitänsfähigkeit oder ein Kapitänmanöver und eine Offizierfähigkeit. Und das Manöver des Captains ist angewandte Xenoanthropologie. Manche Worte sind ja wirklich echt schön. Und Sam Kirk reduziert damit feindliche Schildtrefferpunkte in jeder Runde um 10% gegen Nicht-Armada-Feinde. Also wie im Banger haben wir jetzt wieder einen, der ist nicht gegen Spieler und nicht gegen Armadas geeignet, aber eben gegen Feinde, unter anderem ja möglicherweise die Gorn, wenn du da noch Probleme hast. Und da kann man ihn möglicherweise einsetzen. Und seine Offizierfähigkeit, Faser-basierte Studie, obwohl ich das schon ganz interessant finde, eine Faser-basierte Studie, heißt, dass er den kritischen Schaden um 40% erhöht und am Ende dann 350%, wenn du ihn auf Rang 5 abgegradet hast. Aber auch wieder gegen Nicht-Armada-Feinde. Aber das ist für mich der interessantere Teil. Nicht das Kapitänsmanöver, sondern seine Offizierfähigkeit. Denn falls du meinen Gorn-Loop- und Crew-Video gesehen hast, wo ich ja darauf eingehe, auch welche Crew ich benutze, mit Enterprise-EP-Card, mit Data und Janeway und dann eben unterdeckt mit Enterprise-E-Troy und You, weil ich eben isolytischen Schaden und kritischen Schaden für die Gorn kombiniere, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man noch einen hat, der den kritischen Schaden selbst um 40% erhöht. Damit kannst du natürlich noch mehr Schaden gegen die Gorn anrichten und deshalb finde ich Sam Kirk da schon sehr hilfreich. Gerade weil vielen ja mal der Offizier fehlt, mal der Offizier. Wenn man dann doch schaffen sollte, über diesen Kampfpass jetzt Sam Kirk zu kriegen, über die Events, die da laufen, kann der auch andere Offiziere aus meiner Crew ersetzen, die ich da eingesetzt habe. Als epischer Offizier wird er auch drei Fähigkeiten für Außenteams haben. Die kann ich dir aber noch nicht zeigen, welche man da freischalten kann, weil zu diesem Zeitpunkt, wo ich das filme, noch kein Mensch Sam Kirk hat. Denn er kann über die Events noch nicht gewonnen worden sein und im Shop ist er zu dem Zeitpunkt, wo ich das filme, auch noch nicht. Also kann das noch keiner sagen, welche das sind. Aber wir wissen, epische Offiziere haben immer drei. Aber bei der Offizierfähigkeit gehe ich auch davon aus, dass die Leute ihn auf der Brücke einsetzen und nicht auf Außenteamaufgaben schicken. Trotzdem müssen wir uns aber anschauen, wo man jetzt schon ein paar Sam-Teile bekommen kann. Ein bisschen was gab es im Startergeschenk und in den neuen Missionen. Aber es gibt Sam Kirk dann auch nochmal über den Kampfpass. In den nächsten Tagen kommt dann der erste. Du siehst, ich habe schon fünf. Das ist jetzt kombiniert aus den Missionen und dem Anfängergeschenk. Ansonsten habe ich noch keine. Aber hier im Elite-Teil des Kampfpasses wird es ein paar Teile für Sam Kirk geben. Es wird laut Ankündigung auch in diesem Kampfpass an zwei Samstagen Rekrutierungsevents geben, wo man Material ausgeben muss und Armada-Richtlinie, wenn ich das richtig gesehen habe. Da habe ich aber noch nicht erfahren, um welche Offiziere es da gehen wird und auch nicht, wie viele Teile man bekommen kann, ob man wirklich einen komplett freischalten kann. Über das Material-Event damals mit Archer konnte ich Archer komplett freischalten. Ob das diesmal funktioniert mit dem Banga oder Kirk oder Chappell im Lauf des Kampfpasses wird sich zeigen. Oder ob man ihn wirklich kaufen muss, einen von den dreien oder alle drei, wie auch immer, wenn man sie wirklich haben will. Oder man muss dann halt Geduld haben, ob in zukünftigen Events dann noch welche drin sind. Ich meine, in diesem Kampfpasses irgendwo sind noch mal ein paar Teile für Freeman mit drin. Vor kurzem hatten wir ein Material-Event mit Janeway und mit You. Also das kann ja später dann immer kommen. Aber wer sie dann komplett haben will, das kann ich einfach noch nicht sagen, ob man sie kaufen muss oder ob man wirklich die Chance hat, sie über die Events zu bekommen. Das wird nur die Zeit zeigen, diesen Monat. Wenn du aber später dann Sam Kirk hast, das Video bleibt ja auf YouTube und siehst das Video dann, dann lass uns doch bitte teilhaben an deiner Erfahrung mit Sam Kirk. Wie zufrieden bist du mit ihm? Wie setzt du ihn ein? Das interessiert meine anderen Zuschauer sicherlich auch. Und ganz normal, wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig, also nutze es ruhig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste Video hier direkt im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.